6 Billionen US-Dollar. So viel Geld steckt angeblich weltweit in ETFs. Ist das Ganze nicht eine riesige Blase, die irgendwann mit einem gewaltigen Knall platzen muss? Wir haben einen ETF-Boom, keine Frage. Für welche Risiken und Verzerrungen der angeblich sorgt und inwiefern das euch als ETF-Anleger kümmern sollte, darum geht es heute in diesem Video. Und dabei werden wir aber tatsächlich auch darüber sprechen, dass es eine beunruhigende Tendenz in der ETF-Branche gibt. Ich bin Saidi von Finanztip. Wir suchen in diesem Video nach der zum Bärsten gefüllten ETF-Blase. Und zwar anhand von vier Argumenten. Erstens, ETFs sind dumm und schützen euch nicht als Anleger. Zweitens, ETFs fallen in einem Crash stärker als der Markt. Drittens, ETFs verstärken so eine Börsenkrise noch zusätzlich. Und viertens, ETFs hypen Aktien, die eigentlich viel tiefer stehen müssten. Letzteres ist übrigens die Kritik vom Hedgefondsmanager Michael Burry. Der durch die Finanzkrise 2008 bekannt geworden ist. Vier Argumente und vier Gegenargumente. Und zum Schluss das Fazit, haben wir eine ETF-Blase. Los geht's mit Argument Nummer 1. ETFs sind dumm, weil sie einfach nur stur einem Index folgen und schützen euch Anleger nicht in einer Krise. Dieses Argument kommt gerne so aus dem Bereich von Fondsmanagern und aus dem Bereich der aktiv verwalteten Fonds. Denn für diese Fondsbranche, da sind die kostengünstigen ETFs eine massive Bedrohung. Denn schon seit Jahren fließt viel Geld aus diesen aktiv verwalteten Fonds ab und in ETFs rein. Und das kostet diese Fondsbranche natürlich. Warum? Weil sie an der Größe ihrer Assets under Management verdient. Also sie verdient daran, wie viel Geld sie jeweils verwaltet. Dieses Argument mit der Dummheit der ETFs, das kommt von Fondsmanagern und auch anderen aktiven Anlegern. Die nennen wir jetzt mal zusammengefasst Tradern. Und die nehmen zwei Dinge für sich in Anspruch. Die eine mal das eine mehr, die andere mal das andere mehr. Das eine, ich suche gute Aktien aus, die eher steigen werden, und lasse schlechte Aktien weg, die eher fallen werden. Also richtige Titelauswahl. Und das andere, ich kaufe Aktien, wenn sie tief stehen und dann eben steigen werden, und verkaufe sie wieder, wenn sie oben sind. Und insbesondere kaufe ich keine Aktien, die schon hoch stehen, die also schon zu teuer sind. Mit anderen Worten, richtiges Timing, richtiges Market Timing. Das Gegenargument gegen die angebliche Dummheit der ETFs, das werden einige von euch wahrscheinlich schon kennen. Denn im Vergleich zwischen aktiv verwalteten Fonds und ETFs zeigt sich nämlich, dass die aktiv verwalteten Fonds leider, gerade über längere Zeiträume, leider nicht so schlau sind, wie sie meinen. Oder zumindest nicht so schlau, als dass sie ihre höheren Kosten rechtfertigen würden. Zumindest im Aktienbereich ist es nämlich regelmäßig so, dass ETFs besser laufen als die große Mehrheit der aktiv verwalteten Fonds. Und diese aktiven Fonds, die orientieren sich am Ende nämlich dann doch irgendwie an einer Benchmark, also an einem Index und folgen diesem und manchmal, oft, bleiben sie hinter diesem Index, hinter ihrer Benchmark zurück. Und insbesondere schaffen sie es auch nicht, in einer Börsenkrise, in einem Crash, ihre Kunden, ihre Anlegergelder vor dem Crash zu schützen. Und das war zu besichtigen in diesem Frühjahr in der Corona-Krise. Was heißt das jetzt für unsere Frage nach der ETF-Blase? Das Argument ist ja, dass ETFs, weil sie eben in einen ganzen Index investieren, zu viele schlechte Aktien dabei haben und auch noch zum falschen Zeitpunkt, also zu lange halten. Das Blöde ist nur dabei, aktiv verwaltete Fonds, die schaffen es eben auch nicht regelmäßig über längere Zeiträume, die guten Aktien ins Töpfchen und die schlechten Aktien ins Kröpfchen zu stecken. Dieses Argument mit den schlechten Aktien in ETFs, das werden wir bei Argument 4 nochmal wieder aufgreifen. Argument Nummer 2 setzt sogar nochmal einen obendrauf. Und zwar heißt es, dass ETFs in einem Crash, in einer Börsenkrise, nicht nur genauso stark wie der Markt verlieren würden, sondern sogar noch stärker. Und dafür gibt es tatsächlich historische Beispiele. Das war zum Beispiel 2015 in einem sogenannten Flash-Crash, also in einem sehr schnellen Crash, kurzzeitig der Fall. Und auch dieses Frühjahr 2020 während Corona, da sind einige spezielle ETFs sehr viel stärker gefallen als der Markt. Das heißt, für euch als Anleger wäre die Gefahr, wenn ihr in so einem ETF drinsteckt, dass ihr dann noch stärker verliert, als wenn ihr theoretisch die ganzen Wertpapiere, die in so einem ETF drinstecken, wenn ihr die einzeln hättet. Mit so einem Flash-Crash ist gemeint, dass der Markt innerhalb eines Tages, innerhalb sehr kurzer Zeit, zum Beispiel innerhalb von wenigen Minuten, total einbricht. Dass es richtig heftige Kursschwankungen innerhalb kürzester Zeit gibt. In so einer turbulenten Börsenphase, da ist es für einen ETF-Händler, für einen sogenannten Market-Maker, unter Umständen schwierig, jetzt einen Käufer für ETF-Anteile zu finden. Das heißt, es ist schwierig für ihn, einen fairen Preis für die ETF-Anteile und damit für die darin gehandelten Wertpapiere, für die darin gehandelten Aktien zu finden. Und im Zweifelsfall muss er diesen Preis dann eben niedriger ansetzen, den Preis für die ETF-Anteile niedriger ansetzen, als den der Aktien insgesamt. Und unter Umständen wird zu dem Zeitpunkt sogar der ganze Handel an der Börse ausgesetzt. Jetzt kommen aber zwei Dinge ins Spiel, die für dieses Video hier sehr wichtig sind. Zum einen die Frage, welche Aktien, welche Titel stecken denn in dem jeweiligen ETF überhaupt drin? Solange wir über Standard-ETFs reden, also ETFs auf den MSCI World, den ACVI, den All Countries World Index, da reden wir ja über große Aktien, Großkonzerne, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Also, da wird auf einmal eine Allianz, eine Apple, eine Walmart-Aktie etc. mit einem heftigen Abschlag gehandelt. Und zwar im ETF drin. Und da ist es eben sehr wahrscheinlich, dass sich da am Markt ziemlich schnell wieder faire Preise einstellen. Weil irgendjemand wird wahrscheinlich sagen, oh, diese großen Aktien, die sind jetzt auf einmal 5 oder 10% billiger zu haben als sonst. Die nehme ich wieder. Und dann erholt sich der Markt wieder. Zumindest für diese Aktien. Was völlig anderes ist es jetzt, wenn in so einem ETF irgendwelche exotischen Nebenwerte drinstecken. Also irgendwelche kleinen Aktien, die sowieso auf dem Markt selten gehandelt werden. Oder auch Unternehmensanleihen und sowas. Wenn die jetzt per ETF-Verkauf in so einer Börsenkrise auf den Markt kommen, dann findet der Market Maker eben vielleicht für diese Nebenwerte keinen Käufer. Auch dauerhaft keinen Käufer. Und dann hagelt es wirklich üble Verluste. Unnötig zu sagen, dass wir von Finanztip euch solche Nebenwerte-ETFs eben nicht empfehlen. Aber wir kommen auf dieses Argument nachher nochmal zu sprechen. Zweiter Aspekt, der durch so einen Flash-Crash zum Vorschein kommt. Eigentlich müssen doch langfristig orientierte Anleger wie euch, also Buy-and-Hold-Anleger, solche kurzfristigen, heftigen Verluste gar nicht interessieren. Weil die werden sich ja eben langfristig wiederholen. Aber doch ist es anscheinend so, dass es viele Anleger interessiert, die auch kurzfristig verkaufen. Warum? Weil eben in ETFs nicht nur langfristig orientierte Anleger drinstecken, sondern eben auch kurzfristig orientierte, die dann verkaufen wollen oder sogar verkaufen müssen, weil sie sich an starren Regeln orientieren. John Bogle, der Gründer von Vanguard und von vielen so als der Stammvater der ETFs bezeichnet, der hat mal geschätzt, dass ca. 5 Sechstel der Anleger, die in ETFs drinstecken, kurzfristig orientierte Anleger sind. Diese kurzfristig orientierten Anleger, in unserem Sprachgebrauch hier die Trader, die spielen auch für unser Argument Nummer 3 eine große Rolle. ETFs würden nämlich so einen Abschwung an der Börse noch zusätzlich verstärken. Sie würden wie Brandbeschleuniger wirken. Was euch bisher wahrscheinlich schon klar geworden ist. Wenn jetzt viele kurzfristig orientierte Anleger ihre ETF-Anteile verkaufen, dann heißt das noch lange nicht, dass der ETF irgendwie automatisch eure eigenen Anteile auch verkaufen muss. Das heißt, ihr seid natürlich nicht irgendwie gezwungen zu verkaufen. Was richtig ist, ein ETF hält natürlich kaum Cash. Der kann jetzt nicht einfach diese ganzen verkaufswilligen Anleger ausbezahlen. Sondern stattdessen kommen z.B. die Aktien in dem ETF auf den Markt, schwemmen den Markt quasi und führen dazu zu niedrigen Preisen, zu Kursverlusten. Aber ihr als Buy-and-Hold-Anleger langfristig orientiert, könnt trotzdem weiterhin die Füße stillhalten. Dahinter könnt ihr jetzt schon ein Grundprinzip erkennen. Hinter den Kursverlusten von ETFs, von passiven ETFs, hinter diesen Verlusten stecken immer Entscheidungen von aktiven Anlegern. Aktive Entscheidungen von Anlegern, die in so einer Krise, in so einem Crash panisch verkaufen. Und viele von diesen Anlegern, die sind wahrscheinlich von den Vorteilen so eines ETFs angelockt worden. Die haben nur deshalb in den ETF investiert, weil der z.B. so niedrige Kosten hat. Auf der Suche nach unserer ETF-Blase können wir uns jetzt fragen, sorgen ETFs für eine Blase am Markt, weil sie zu viele Anleger anlocken, die gar nicht in ETFs sein sollten? Weil sie Anleger anlocken, die von den günstigen Kosten oder jederzeitigen Verfügbarkeit von ETFs eben angelockt werden, die aber nicht bereit sind, so einen Crash, so eine Börsenkrise auszusitzen. Die mit anderen Worten, überhaupt nicht am Markt sein sollten. Nun, zum einen dürft ihr nicht den Fehler machen und so eine Vorstellung haben, dass in ETFs nur Privatleute drin stecken. Also nur nervöse und unerfahrene Anleger, wie so wie du und ich. Sondern ein großer Teil des Geldes von ETFs, das kommt von institutionellen Anlegern. Also z.B. von Banken und Pensionskassen, die auch eben Geld in ETFs stecken, weil das eben kostengünstig ist, bereit in den Markt investiert zu sein. Das heißt, auch ETFs bringen für so große Anleger viele Vorteile mit sich. Und zum anderen, lasst uns mal ein Gedankenspiel machen. Was wäre, wenn es keine ETFs gäbe? Wenn es keine ETFs gäbe, würde dann das ganze Geld, das jetzt in ETFs drin ist, würde das irgendwie gar nicht am Markt sein, würde das irgendwie vorsichtiger angelegt werden z.B. Und da ist meine ganz klare Antwort, nein. Warum nein? Weil wir nun mal einen Anlagenotstand haben. Das heißt, seit Jahren total niedrige Zinsen und die werden immer nur noch niedriger. Und Corona und so haben diesen Zustand jetzt quasi verfestigt. Das heißt, auch wenn es keine ETFs gäbe, dann müssten trotzdem sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger irgendeinen Weg an den Aktienmarkt finden. Z.B. über teurere Fonds, über Zertifikate meinetwegen oder sonstige irgendwelche Instrumente. Aber das Geld würde den Weg an den Aktienmarkt finden, auf der verzweifelten Suche nach Rendite. Bei der ganzen Diskussion darum, ob es jetzt nun eine ETF-Blase gibt oder nicht, da ist es für euch wichtig, zwei Risiken voneinander zu unterscheiden. Erstens, euer persönliches, euer Verbraucherrisiko, das ihr tragt, wenn ihr in einen ETF, in einen Aktien-ETF investiert. Und zum Zweiten, das gesamte Marktrisiko, das ETFs allein durch ihre Existenz und dadurch, dass sie halt einen gewissen Boom erfahren, für den Markt darstellen. Zum ersten Risiko, zu eurem persönlichen Verbraucherrisiko, da ist Folgendes zu sagen. Wir von Finanzeb sind ganz klar der Meinung, dass ihr, wenn ihr in einen Aktien-ETF investiert, kein spezielles, kein anderes Risiko tragt, als das, das halt nun mal der Aktienmarkt mit seinen ganzen Auf und Abs mit sich bringt. Solange ihr in die von uns empfohlenen, marktbreiten, weltweit gestreuten Aktien-ETFs investiert. Beim zweiten Risiko, bei dem Gesamtmarktrisiko, da ist schon der Punkt, dass natürlich durch diese niedrigen Zinsen sehr viel Geld an den Aktienmarkt fließt. Aber das hat, wie gesagt, per se nichts mit ETFs zu tun. Aber es ist schon die Frage, in welche ETFs dieses Geld fließt. Denn, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, neben diesen bekannten Standard-ETFs, die wir auch empfehlen, gibt es eben immer mehr Nischen-ETFs, immer exotische ETFs und immer exotische Indizes, die extra aufgelegt werden. Ein Beispiel dafür hat man gesehen in diesem Frühjahr, mitten im Corona-Crash. Da gab es ETFs, die in Bankanleihen investieren. So, Bankanleihen, das sind Titel, die werden weit weniger am Markt, weit weniger oft am Markt gehandelt, als jetzt zum Beispiel, sagen wir, Aktien von Apple. So, jetzt mit dem Corona-Crash, da wollten dann Anleger, die in diese ETFs investiert hatten, ihr Geld haben. Und das heißt dann, dass diese Bankanleihen dann auf einmal auf den Markt gekommen sind und was? Kaum oder gar keine Käufer gefunden haben. Und was war die Folge davon? Üble Verluste, zum Teil von 90% und mehr. Was ist denn da eigentlich los? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Ihr müsst euch vorstellen, die ETF-Branche, die boomt eben. Und in so einem Boom, da wollen viele Anbieter auch von diesem Boom profitieren. Und deshalb werden eben immer mehr ETFs aufgelegt, die total speziell sind, die eben in solche Titel, die wenig gehandelt werden, investieren. Und zum Teil sind das auch ETFs, die haben den Namen ETF oder zumindest passiv überhaupt nicht mehr verdient. Das sind eigentlich aktive Fonds, denen man einfach so ein Schild-ETF aufgeklebt hat. Das sind ehrlich gesagt so typische Auswüchse der Finanzindustrie, die so einen Trend erkennt, sich draufsetzt, daran verdienen will und Risiken, die dabei entstehen, durchaus verschleiert. Denn bei solchen Nischen-ETFs, exotischen ETFs, da wird ja suggeriert, dass ihr jederzeit wieder an euer Geld kommen könnt. Eine Illusion von Liquidität entsteht. Obwohl da Titel drin sind, die eben nicht tagtäglich handelbar sind. Das erinnert mich so ein bisschen an das Geschehen vor der großen Finanzkrise 2007, 2008. Diese Illusion von Liquidität, nämlich beim Thema damals offene Immobilienfonds. Das waren große Fonds, mit denen man direkt in Immobilien, in Großimmobilien, oft Geschäftsimmobilien, Gewerbeimmobilien investieren konnte. Und es wurde so getan, da könnt ihr ja jederzeit wieder euer Geld rausholen. Obwohl das Geld eben in großen Immobilien drinsteckte, die natürlich nicht tagtäglich am Markt waren. Und in der Finanzkrise kam dann das große Erwachen. Böse Kursverluste, weil man eben nicht an sein Geld kam. Diese Illusion von Liquidität, diese Illusion, dass man jederzeit an sein Geld kommt, die locken bei diesen Nischen, diesen Exoten-ETFs schon viele Anleger an, die dann eben in solche Nischen-ETFs investieren. Aber wie viele das jetzt sind und wie groß das Marktrisiko ist, das dadurch erzeugt wird, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schlichtweg einfach nicht abschätzen. Es kann durchaus auch sein, dass es sich längerfristig betrachtet, dabei einfach nur um eine Randerscheinung handelt, die insbesondere den Namen Blase überhaupt nicht verdient. An der Stelle auch eine kleine Warnung. Diese Illusion, die da erzeugt wird, die nehme ich auch bei ein paar von euch wahr. Nämlich dann, wenn ich gefragt werde, was ich von irgendwelchen Tech-ETFs halte oder anderen speziellen Branchen mit ETFs da drauf. Das ist auch so ein bisschen, dass ihr euch da einlullen lasst, diese Faszination, da mal schnell investieren zu können. Deshalb seid vorsichtig mit solchen Spezialinvestments und fragt euch immer, werden die Titel, in die ich da investiere, werden die regelmäßig gehandelt? Und insbesondere, lasst euch nicht von der Gier nach dem schnellen Euro leichtfertig verleiten. Wir sind bei unserem vierten Argument in Sachen ETF-Blase angekommen, nämlich der Kritik von Michael Burry. ETFs würden bestimmte Aktien hypen, obwohl die eigentlich viel tiefer stehen müssten. Michael Burry, das ist ein Hedgefondsmanager, der dadurch berühmt geworden ist, dass er die Finanzkrise und Immobilienkrise 2007, 2008 richtig vorhergesehen hat und damit irre viel Geld verdient hat. Und auch dadurch berühmt geworden ist, dass er im Film The Big Short von Christian Bale ziemlich genial verkörpert worden ist. Die Kritik von Michael Burry geht ungefähr so. Wenn eine Aktie in einem großen Aktienindex drin ist, dann fließt viel Geld über ETFs in diese Aktie. Warum? Weil ETFs ja bekanntermaßen in alle Aktien eines Index investieren. Das heißt, nur weil eine Aktie quasi groß genug ist, fließt dann viel Geld dumm in sie rein. Ja, das ist wieder dieses Argument von der Dummheit der ETFs. Aber es muss, kann ja sein, dass darunter eben auch viele Aktien sind, die eben einfach nur groß sind, aber den entsprechenden Kurs gar nicht mehr rechtfertigen. Dass die zu hoch stehen, weil eigentlich die wirtschaftlichen Aussichten für die Firma gar nicht so gut sind, weil die eigentlich viel schlechter bepreist sein müsste. Das heißt also, ETFs funktionieren nach der Schrotflint-Mechanik. Die schießen immer auf den gesamten Index. Und dabei treffen sie quasi auch Aktien, die eben das gar nicht rechtfertigen würden. Die machen bestimmte Aktien zu teuer. Dass das Ganze passiert, das ist nicht von der Hand zu weisen. Insofern hat Michael Burry recht. Die Frage ist nur, ob das Problem so groß ist, dass es für eine Blase sorgt. Und dabei müssen wir uns Folgendes anschauen. In einem großen Aktienindex aufgenommen zu werden, das war für jede Aktie schon immer ein Ritterschlag. Auch schon weit bevor es ETFs gab oder ETFs so groß geworden sind. Zum einen ist es ja so, wenn eine Aktie als Kandidat für einen Index in Frage kommt, dann ist die eh schon auf dem aufstehenden Ast. Die wird größer. Und sobald eben der Verdacht aufkommt, dass eine Aktie aufgenommen wird, dann kaufen noch mehr Leute die. Eben in der Hoffnung, dass der Kurs dann weiter steigt. Nicht vergessen, an der Börse wird immer die Zukunft und die Hoffnung auf die Zukunft gehandelt. Und zum anderen ist es ja nicht so, dass jetzt alles Geld der Welt auf einmal nur dumm und passiv in ETFs steckt. Das wird übrigens auch nie der Fall sein. Es wird immer aktive Anleger geben, die nach Kaufgelegenheiten suchen, die außerhalb der großen Indizes nach unterbewerteten Aktien suchen, die eben noch nicht von dem Boom profitieren, also nach Nuggets suchen. Und die kaufen dann diese Aktien und werten die auf. Und das ist dann zumindest ein Gegeneffekt, gegen den Effekt, den die ETFs auf die großen Indizes, auf die Indexaktien haben. Und umgekehrt wird es immer Spürnasen geben, die merken, dass irgendeine Aktie in einem Index überbewertet ist und die dann eine solche Blase bei einer einzelnen Aktie mit Wonne zum Platzen bringen. Was euch als ETF-Anleger, die ihr ja breit gestreut seid, übrigens nicht besonders jucken muss. Insgesamt hat halt der Markt immer die Tendenz, solche Marktverzerrungen, solche Ungleichgewichte auszugleichen. Das ist die sogenannte Effizienzmarkthypothese. Die funktioniert, wohlgemerkt, bei weitem nicht immer perfekt. Aber sie sorgt zumindest für ein Gegenwicht zu dem Effekt, dass ETFs immer nur die großen hypen würden. Wenn wir uns jetzt als Fazit diese vier Argumente auf einmal anschauen, dann fällt eines sofort auf. Es gibt keine ETF-Blase. Wenn, dann kann es immer nur eine Blase der Wertpapiere, der Assets geben, die in ETFs drinstecken, also zum Beispiel der Aktien. Und dann ist das die gleiche Frage, ob es jetzt eine allgemeine Aktienblase am Markt gibt. Oder anders gesagt, ob ich weiß, ob demnächst ein Aktiencrash droht oder nicht. Und die Antwort darauf kennt ihr schon. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Was ich nur weiß und worauf wir bei Finanztipps setzen, von allen Crashes, egal wie schlimm sie war, hat sich die breit gestreute Weltwirtschaft immer wieder erholt und dabei dann langfristig ordentliche Gewinne gemacht, ordentliche Profite erwirtschaftet, von denen wir als ETF-Anleger wiederum profitieren. Denn richtig gefährlich für euch wäre es nur, wenn ihr eben nicht in Marktbreite-ETFs investiert, sondern schwerpunktmäßig in irgendwelche Nischen-ETFs. Eben weil ja diese Illusion liegt, dass ihr da in irgendwelche fancy Märkte jederzeit investieren könnt und auch jederzeit wieder an euer Geld rankommt. In einem alten Video haben wir noch zwei weitere Kritikpunkte an ETFs aufgegriffen, die wir hier weggelassen haben. Zum einen, dass synthetische ETFs, also sogenannte Swap-ETFs, Teufelszeug sein, weil nämlich gar nicht das drin sei, was draufsteht. Warum das eine ziemliche Übertreibung ist, das haben wir in diesem Video eben gezeigt. Und da kommt eben zum anderen auch vor, dass es gefährlich sei, in ETFs zu investieren, weil man sich damit einem besonderen Währungsrisiko aussetzen würde. Auch dazu haben wir aber ein eigenes Video gemacht. Und glaubt ihr noch an eine ETF-Blase? Schreibt es mir noch unten in die Kommentare. Ich hoffe, dieser Überblick über das, was derzeit in der ETF-Branche los ist oder marktlos ist, hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Saidi.